Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf und einem sehr spannenden spekulativen Eintrag im Börsenlexikon, denn heute geht es um das Short Selling oder auf Deutsch auch Leerverkauf genannt. Das wurde jetzt schon häufiger angefragt und deswegen mache ich jetzt dazu ein Video. Leerverkauf sagt im Prinzip schon aus, worum es sich handelt. Ich verkaufe etwas, was mir eigentlich gar nicht so wirklich gehört. Nun, wie soll das denn funktionieren? Also nehmen wir jetzt mal an, hier haben wir einen Short Seller, also jemand, der auf fallende Kurse setzt. Der geht zu einer Bank, weil er glaubt, dass die Kurse einer bestimmten Aktie demnächst fallen werden. Das heißt, er leiht sich dann, er kauft sie nicht, sondern er leiht sich zum Beispiel 1000 Aktien von der Bank und zahlt dafür natürlich als erstes eine kleine Leihgebühr, sagen wir mal 500 Euro und dann wird ein Termin vereinbart, ein fester Termin, zu welcher die Aktien zurückgegeben werden müssen, sagen wir mal 4 Wochen beispielsweise. So, jetzt hat der Spekulant diese 1000 Aktien, geht zur Börse und was macht er damit? Er verkauft diese Aktien für, sagen wir jetzt mal, einem Kurs von 100 Euro, weil er darauf setzt, dass sie jetzt noch fallen werden. Das heißt, er verkauft sie zum Kurs für 100 Euro und hat dann 100.000 Euro auf der Hand. Hier nochmal so geschrieben, dass man es auch sehen kann. So, und jetzt wartet er, bis der Kurs fällt, zum Beispiel auf 90 Euro und dann, er hat ja noch die 100.000 auf der Tasche, die nimmt er und kauft sich 1000 Aktien zurück, aber zu einem Preis von nicht mehr 100 Euro, sondern jetzt nur noch 90 Euro pro Aktie. Und dann hat er ja die Aktien wieder zurückgekauft, die nimmt er, gibt sie zurück an die Bank, die jetzt jetzt ihre 1000 Aktien wieder zurückbekommen und er hat einen schönen Profit eingestrichen, denn er hat ja von diesen 100.000 Euro, die er gehabt hat, wieder 90.000 im Prinzip jetzt weg und dann 500 Euro sind auch nochmal weg, weil natürlich die Gebühren an die Bank zu zahlen sind und hat dann 9.500 Euro Gewinn gemacht. So, alles schön und gut in der Theorie. Problem an der ganzen Sache ist natürlich, wenn die Kurse jetzt nicht fallen, sondern gleich bleiben oder sogar höher gehen. Das heißt, rein statistisch gesehen ist das schon von vorne herein ziemlich spekulativ, weil ja selbst wenn der Kurs nach 4 Wochen immer noch auf 100 Euro wäre, hätte er schon einen Verlust gemacht, weil er muss dann ja wieder kaufen, um die Aktien der Bank zurück zu geben und hätte er schon mal die 500 Euro miese gemacht, also nichts passiert, nichts gewonnen sozusagen, sondern gerade Verlust gemacht und wenn der Kurs sogar steigt, dann hat er natürlich noch viel mehr Verlust gemacht. Das heißt, es ist hier eine sehr spekulative Geschichte. Man kann damit Erfolg haben, man kann damit auch viel Misserfolg haben, aber jetzt wissen Sie, was Short Selling bzw. ein Leerverkauf an der Börse ist. Für mehr Informationen und vor allem zur klassischen Art und Weise in Aktien zu investieren, gehen Sie auf meine Webseite www.aktienmitkopf.de und laden Sie sich dort viele kostenlose Inhalte zum Thema psychologische Fehler an der Börse, ETFs usw. herunter. Das war Ihr Kolja Barkhorn Aktien mit Kopf